Episode 3 ist bis jetzt noch sehr im Dunkeln, sowohl was einen Großteil der Besetzung betrifft als auch was den Drehort betrifft, aber das Dunkel wird langsam heller. Ursula Brug ist in der Episode mit dabei als Mutter zu sehen, bringt sogar ihren eigenen Sohn mit. Ich habe mir vorher gesagt, damit ich ihn schlauwerfe. Genau, endlich mal. Du hast auch das Drehbuch mittlerweile gelesen. Was ist deine Motivation bei dem Projektband dabei zu sein? Naja, die Hauptmotivation bist du als Regisseur, weil mit Space Tours haben wir ja auch Preise abgeräumt und das wird ja wohl mit dem so ähnlich sein jetzt. Ich hoffe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020